So, wie ihr seht, auch der Luca hat sich diesmal nicht nehmen lassen, mir was zu schenken. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich hoffe, du hast auch schon Creator Code benutzt. YT-FamilyX, so wie der unten rechts steht. Auf jeden Fall da auch liebe, liebe Grüße. Derzeit gibt es ja wieder mehr Sachen, die ich noch nicht besitze, weil so die letzten paar Tage, wo ihr alle die Geschenke rausgehauen habt, da war ja wirklich gefühlt nichts mehr da für unter 1000 V-Bucks. Aber auf jeden Fall, Luca, natürlich Grüße auch an dich. Mein ständiger Stream-Partner in Anführungszeichen. Also, wir schauen mal, was er uns geschenkt hat. In 3, 2, 1, warte. Aber er hat auch eine andere Schleife genommen. Es wurde nämlich schon langsam langweilig, immer die blaue Schleife. Also, gucken wir mal. Ja. Julian hat dann auch noch was geschenkt. Auf jeden Fall auch an dich, liebe Grüße. Ich war doch nun, ich war jetzt 2 Stunden nicht am PC. So, einmal das Demot. Das ist aber jetzt vom Julian. Und die Musik war vom Luca, genau. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank an euch beide. Grüße gehen natürlich raus. Ich werde natürlich alles verlinken. Schreibt nur gerade bitte dann in die Kommentare, euer obligatorisches Danke, damit ich die Kanäle einfügen kann. Und in dem Sinne, ich spiele noch ein bisschen weiter, beziehungsweise ein, zwei Runden und dann bin ich auch schon wieder weg. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Und dann, Vielen Dank.